Moin Leute, was geht heute? Grüße ich all meine Abonnenten. Also, wir fangen mal an mit... Ich grüße Sonja Roblox, ich grüße Epische Salami, ich grüße Eisenbahn Kassel und Co., ich grüße YouTube-Kanal Köln AP Official, ich grüße Gamer Nick VR, ich grüße Abelio TSW 2 Stuttgart Fan, äh, Fan Stuttgart. Und ey, vielleicht könnt ihr auch dabei sein, aber ihr müsst eure Abonnenten auch öffentlich machen, also, dass ihr da seht, ob, ähm, du mich abonniert hast. Also, ich glaube, ich werde das irgendwann wieder machen und ja, deswegen. Ich grüße Majo Pharma 8, 9 oder so, ich grüße L-Roblox, ich grüße Panda Army, ich grüße Izzy Creeper, so, ich grüße Faco Place, ach so, nein, warte, der Typ ist Englisch, äh, ich grüße Faco Place, ich grüße Emergency Hamburg Gamer, ich grüße Transporter Hannover, ich grüße Lionel Messi, ich grüße Abelk Fan, ich, oh, nein, warte, ich grüße Millie, Ballstars, oder so, ich grüße Sammy, ich grüße Epic Gaming Time, ich grüße Sonja Funke, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wieso ich, ähm, Mütter als Abos habe, aber egal, ich grüße Benni, ich grüße, boh, wieder, ich grüße Sarah, G-Ban, Bad, oder so, keine Ahnung, es tut mir leid, okay, ich grüße Smash, ich grüße Smash, Clegg, ich grüße Lukas, ich grüße Jarvie, oder wie auch immer, ich grüße Wolfi, ich grüße Team I Cry Max, ich grüße Silco Dollar, oder, ey, es tut mir leid, wenn ich euren Namen nicht aussprechen kann, aber, ja, egal, ich grüße Anonym, ich grüße Julian, ich grüße Zombie Place, ich grüße, KD, KD, K8, 8, 0, Roblox, ich grüße YouTube Planny Ballstars, ich grüße Welt YouTube 7, 9, oder wie auch immer, ich grüße Neven Vitti Gaming, oder wie auch immer, ich grüße Emi, ich grüße Ische, oder wie auch immer, ich grüße IceTyp 666, ich grüße Matzemann Daniel aus Ohio Fan, danke dafür, ich grüße Chris, Moment mal, Chrisinator 55, oder wie auch immer, ich grüße Nico, ich grüße Theo TV 2, ich grüße den Hoffnungsvollen, ich grüße Cedric, ich grüße Wave Benjamin, oder wie auch immer, ich grüße Sasiko, ich grüße KD, Oster Official, oder wie auch immer, ich grüße Maxim, Mark Roblox, ich grüße Gamow, ich grüße Eva, ich grüße Gabri, oder wie auch immer, ich grüße Gaming Area Fan, ich grüße Jasmin Cousin, ich grüße Felix Ballstars, ich grüße Dominic N, ich grüße Marco LiP, oder wie auch immer, ich grüße MxDZ- unterstrich minus THZ, THC Rausch Yobi unterstrich Monkey, ich grüße Magi, ich grüße Lami ist der Beste, unter King C, ich grüße Novi Schröter, ich grüße I love Bananas, ich grüße Hexe03, ich grüße Jonathan, ich grüße Xelanda, oder wie auch immer, ich grüße Ivona, ich grüße Gaming Sport, ich grüße Lami, Emily Fan, Paluten, Aquimex, Ben, Sohn, Fan, Candy Fan, ich grüße Deepfoto, oder wie auch immer, ich grüße Finn, ich grüße Lamborghini, ich grüße Franz, ich grüße Saphina, ich grüße Stalki, mein, ich grüße Stalki, woher ist, er ist schon wirklich lange abonniert, oh, nein, 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 das wollte ich nicht, er ist sehr lange abonniert bei mir, deswegen habe ich ihn auch abonniert, und wie komme ich ihn wieder zurück? So, ich grüße Haha Tamara, ich grüße Zenia, ich grüße Michael, ich grüße Hans, ich grüße Schokoladenkuchen, ich grüße Sophie Sunshine, ich grüße Wende, ich grüße Killer, Queen, ich grüße Christina, ich grüße Brigitte, ich grüße Gabriel, ich grüße Theology, ich grüße Kerstin Safer, ich grüße Hacker, irgendein Typ, der mich abfacken wollte in meinen Stream, lange her, ich grüße Patricia, ich grüße Daniela, ich grüße Hassan, Ahmed, und irgendwie kann ich hier nicht weiter, ach komm, ey, wieso kann ich nicht weiter, das kann doch nicht wahr sein, so, mehr gibt es wohl nicht, ich probiere es mal so, ja, nee, keine Ahnung, keine Ahnung, was es hier sein soll, wieso es nicht weiter geht, Moment mal, ich gucke nochmal, und das hatten wir, das hatten wir, äh, ja, also, irgendwie geht das nicht, äh, oh, aber Moment mal, mein längster Abonnent ist Sassi Crew, zwei Monate oder so, nachdem ich meinen Kanal erstellt habe, danke dafür Bro, und Hacker auch, der hat mich voll genervt, in meinem Stream, Matsudanio-Sawio-Fan auch, und alle, die mich abonniert haben, wenn ihr nicht dabei wart, sorry, aber ihr müsst halt euer, äh, eure Abonnenten auf, öffentlich machen, keine Ahnung, wie das geht, googelt es einfach oder so, äh, und, dann würde ich mal sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.